Die Hitachi CM75 EAP und CM75 EWP Trennschleifer Der 75 Kubikzentimeter New Pure Fire Motor ist mit einer Ausgangsleistung von 3,9 Kilowatt absolute Spitzenklasse. Er reduziert die Emissionswerte und erfüllt die US-amerikanische Emissionsschutzrichtlinie EPA Phase 3 sowie die europäische Stufe 2. Grund dafür ist der neue Abgaspulsationsschalldämpfer. Das Gas-Luft-Gemisch wird in einer Verzweigung des Schalldämpfers zurück in den Zylinder geleitet und erhöht dadurch die Ladekapazität. Sie profitieren von einer hohen Leistung, einem niedrigen Kraftstoffverbrauch und geringen Emissionen. Die Trennschleifer verfügen über robuste Schutzvorrichtungen, eine abnehmbare Metallabdeckung, eine Abstellfläche aus Metall und einen vorderen Metallfuß. Der Revisierstarter arbeitet zuverlässig, selbst unter den härtesten Bedingungen. Ihm machen Staub und Schutt nichts aus. Der Vorfilter lässt sich ohne Hilfsmittel austauschen. Und mit der praktischen Halterung haben Sie Ihr Werkzeug immer zur Hand. Die Trennschleifer CM75EAP und CM75EBP sind mit Trennscheiben von 305 mm bzw. 355 mm Durchmesser ausgestattet. Kraftvolle und extrem belastbare Maschinen mit modernster Hitachi-Technologie. Das sind die Hitachi CM75EAP und CM75EBP Trennschleifer.